Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gustav mit F und wir machen zum Abschluss von Warzone 1 alle Warzone 1 Metaklassen hintereinander. Heute ist die FFR und die Schweizer dran, überragende Klassen gewesen und überragende FFR damals vor allen Dingen gewesen. Die hat ja für Monate regiert. Dieses Mal wecken wir sie wieder auf und wir sehen, die ist immer noch sehr, sehr stark. Schaut auf jeden Fall gerne rein, wenn wir damit weitermachen und spielt, wenn ihr könnt, nochmal Warzone 1. Es sind nur noch wenige Tage online. Wirklich jetzt. Ekrem, jetzt ohne Mist, wie gesagt, wir hatten letztens, die letzte Runde, die ich hochgeladen habe, warzone 1 auf Gustav, die war, ich glaube, mit 60 am Anfang. Und wir haben ja trotzdem irgendwie 13, 14 Kills gehabt am Ende und richtig Spaß gehabt. Also, alles ist möglich. 42 Leute insgesamt drin. Es sind auf jeden Fall nicht zu viele raus hier gesprungen, aber ich meine, mal sehen, kann sein, dass irgendjemand hier mit oben drauf landet. Okay, ich habe einfach nicht geschossen. Ich habe eingeämt und wollte schießen, ich war einfach einfach nicht geschossen. Oh, okay, guck mal, da war die Kiste offen, das heißt, er ist auf jeden Fall auf der Höhe gewesen. Zumindest gewesen. Oh, der ist oben. What the fuck? Wiederfall. Ah, der ja. Ah, ja. Ausrüstung. Das ist das Wichtigste von allem. Wir spielen hier nur deswegen, ne? 30 Leute noch. Let's go. Schön mit eifrig, finde ich sehr nice. Ist der da oben? Ja, der ist da oben drauf. Wuhu! Bye-bye! Blue me tip 8, Junge! Nicht mit mir, Junge! Ich habe von der ersten Stunde an Warzone gezockt. Ich habe von Minusstunden. Ich habe Warzone gezockt, aber Warzone noch gar nicht draußen. Wir haben sogar zwei Leute gerade hier. Okay, einer ist... Okay, warte mal, warum nur noch einer? Nehmen wir uns zwei. Er ist leider nicht einkaufen gegangen, oder? Doch, jetzt. Warte, komm. Ich kann nicht nach unten zielen. Ich konnte nicht weiter nach unten zielen. Ist das schmerzhaft. Okay, da hat jemand... Wo ist die Aufklärung? Ich kann nichts machen können. Oh mein Gott, ich habe die gar nicht gesehen. Oh, Geistspieler-Chat. Oh, was? Den müssen wir jetzt töten, oder? Dafür müssten wir ihn sehen. Ohohohohohohoho, so knapp! Ja, und auf jeden Fall das Problem schon, dass ganz schön viele Leute wohl Geist haben werden. Oh Gott. Ich hasse dieses Visier, ne? Ich weiß, du hast dich. Ach, scheiße. Oh, je, Sheetbreak. Aber du hast doch Sheetbreak gehabt, hä? Nein. Oh ja, sein Mundi war leer. Ja, der war auch schlecht gespielt. Was soll ich dazu sagen? Ne, wie soll ich überhaupt wissen, woher, wo Leute sind? Es sind ganz gar... Oh. Da hin. Achtet auf den Feind! Oh. Oh, weiß ich nicht, Digga. Warum schießt der hierher? Oh, ich dachte, das sei die Sniper durch. Für ihn, I guess. Oh, die Waffe fühlt sich gut an. Digga, was ist das? Also, der Typ ist irgendwie... Weiß ich nicht. Der schießt die ganze Zeit. Das fühlt sich so weird an. Auf was? Vielleicht haben wir wirklich einen Cheater. Das fände ich cool. Gut, der andere hat sich herangeschlichen. Also, ich würde mich ja gerade am meisten drüber freuen, meine eigenen Waffen wieder zu finden. Das wäre heftig. Das war relativ nah, oder? Das ist doch jemand, der so schnell ist, oder? Ach, das ist das Ding. LOL. Okay, sorry. Ich kenne die Geräusche nicht. Let's fucking go. Er ist ganz oben auf dem Turm. Ja! Wenn du so spielst, dann gehörst du auch bestraft. Ich werde auch gejagt. Oh, Gulag-Token. Er ist direkt bei mir. Oh mein Gott! Ah, er im Nahkampf. Wuuu! Juhu, da hatte ich gerade Angst. Noch fünf. Aufpassen. Nein, nur noch vier Gegner, Chad. Ich kann nicht mal zweistellig Kills machen. Ja gut, bei 40 Anfangsleuten. Na, aber Kudos an den Typen gerade eben, der auf mich draufgerannt ist. So spielt man das Spiel, finde ich. Ja, also zum Gewinnen kann ich jetzt nicht die ganze Zeit rumrennen. Wie gesagt, auch eher eine langsame Klasse gehabt bei mir, Chad. Irgendwo da. Guck mal, wie scheiße das ist. Nein, er ist in... Er ist in den Busch gegangen. Also wirklich so, wenn du Thermalwesier spielst und andere Leute... Ja, schon wieder einer. Und andere Leute haben... Kaltblütig bist du der dümmste von allen. Hinter mir bei mir, Mann. Und den Tod. Es standen nur noch weniger als fünf auf den Beinen. Das nächste Mal wird... Keine Spiele, Digga. Ach, Mann. Boah, die Klasse war so schrecklich. Aber dass jemand hinter mir noch war... Wow. Als Cold War reinkam, gab es dann sehr, sehr lange die... Boah, welche Waffe war vor der FFR-OP? War es die DMF-Fürsich? Nee. Irgendeine andere Nahkampfwaffe oder... Hast du die Brun? So. Wir sollten ja jetzt... Oh ja, guck mal, wie wir auf dem Boden schwimmen. Ja, Chad. Hallo, bin der Einzige, der da oben ist. Hä? Oh Gott, wie scheiße fühlt sich die Waffe denn an? Der ist ja eine richtige Ass-Waffe. Vom Feeling her, meine ich. Ah, scheiße. Glück gehabt. Er hat mich gerettet. War ein bisschen abzuschätzender Gäste. Oh, wie der Einstieg wiederum geht. Es ist wieder... Ah, nee. Oh Gott, Brücke. Aber komm, den müssen wir uns holen, Chad. Das Gas breitet sich aus. Hier ist irgendwo eine mysteriöse Vorrichtung. Schau dir das genauer an. Den musste ich mir holen, oder? Oh, warte. Amex. Nein, Amex. Geil. Oh, Alter, hat fünf Kisten hier, oder was? Nee, vier. Jo. Nehm ich. Let's go, Chad! Jetzt mit der eigenen Klasse. Ein schöner Anfang. Nehm ich. Feindliche Drohne ist aktiv. Oh, keine Chance. Ach. Oh. Ich war so weit hinter. Ich liebe Warsan 1, ne? Aber... Also, mein Fehler, da zu schießen sozusagen. Entweder triffst du, oder du kassierst. So, nach dem Motto war das jetzt. Wir hatten wieder einen Stieg. Ich will die Waffen haben. Wende da jetzt. Der hat nach oben geschossen. Also, kann sein, dass er sogar wirklich weg ist. Nein. Genau, jetzt landet jemand. So. Oh, mein. Okay. Er hat auch einen Sniper. Also, ich meine, was soll ich tun? Digga, ist der so viel besser, oder? Okay, er hat... Ich meine, er konnte die ganze Zeit pre-aimen, ne? Ah, das hat er gut gemacht mit seiner kranken Sniper. Das war nicht, was ich wollte. Okay. Ah. Oh, ist das der, der mich getötet hat, Chen? Ich bin mir grad nicht sicher. Das wiederum ist nützlich. Okay, alle snipen. Oh, Tegga, der snipet einfach durch, ne? Also, er wartet auf mich, ich guess. Ich meine, warum soll er was anderes machen? Er ist halt gerade im Vorteil, ne? Bitter. Wow. Get off plate, bitch. Ich hab sechs Kills und ich glaub, einer davon, wenn überhaupt... Ich glaube, einer davon ist mit den Waffen. Das tut mir schrecklich leid. Ich versuch hier mit, äh... Only hier Meta zu spielen, aber... It is hard, man. So. Meine Schmutzwaffen spiel. Ne, die macht schon Spaß. Also, die haben beide gezeigt, dass sie was können. Ich meine, der eine Kill aus der Luft, das ist jetzt eh schon Highlight. Mehr brauche ich ja gar nicht mehr, ne? Warzone 1 ist für mich ne ziemlich... Oh, gekämpft hat er da, Chad. Ja, schwierig für mich jetzt, weil ich hab... Keine Platten mehr. Die hätte ich mir kaufen sollen. Wenn ich ne Pappnase bin, hab ich das aber nicht. Nice. Aber sogar noch zwei zusätzliche. Fuck yeah, Chad. Luxus-Pult. Moin, moin. Okay. Hey, nicht wurde gesnipet, Chad. Ich glaube, ich sollte die mal kurz anpassen. Zumindest, was ich gerade bräuchte, wäre Sonderkommando für mich. Damit ich die ein bisschen besser kontrollieren kann. Okay, weiß ich. Also, wow. Also, meine Spawns für sowas sind echt ass, oder? Bitte sag mir, dass du da... Also, Level 1001. Kämpfe dich hier raus, oder nimm das Ziel ein. Bäh. Das kann der erschrecken. Ist eigentlich die Waffe, die ich gerade benutzen will. Ich sag mal, das war ein nicer Flick of the wrist. Immer diese Noobs, die rumlaufen. Wirklich Peile. Huh. Ich bin da gespawnt. Meine Kiste ist da. Markiere den Zielpunkt. 2,3 Kilometer. Ah. Let's go. Ich denke mal, das ist jemand, der schnell rennt, irgendwie. Ich muss auch jetzt echt mit der FFR landen. Weil jetzt habe ich sie ja verändert. Oh, oh. Nein, hier ist runtergefallen. Was ist der jetzt? Ist der jetzt über mir? Gott, zum Fick ist der. Ich habe keine Ahnung. Mir wird angezeigt, dass er genau bei mir ist, ne? Ich sehe nicht. Ich habe was? Hä? Der ist auf den Berg gelaufen. Ja, eben scheinbar nicht. Wurde mir ja nicht angezeigt, dass der weiter oben ist. Und oben habe ich den ja auch nicht gesehen. Ich bin ja drüber geflogen. Weiß ich jetzt nicht. 39 Leute, also 38 andere. Nee, die finde ich niemanden. Ah, was sind jetzt hier? Wars on Midgames oder was? Oh. Guten Tag. Das hat sich natürlich ganz gut angefühlt. Ja, jetzt fühlt sich die Waffe auf jeden Fall konstant an. Aber auch langsam. Ja, muss ich zugeben. Na hier. Boah. Wie lange sind die jetzt einsuppen im Gegensatz zu eben? Ich meine, das haben sie in Wars on 2 geschafft, dass sie besser sichtbar ist. Diese Aufträge, die so wie klitzekleine Telefone aussehen, fucken mich so ab in Wars on 2. Ehrlich, das macht mich richtig sauer in Wars on 2. Weil du versuchst irgendwie einen Auftrag zu finden und sonst ist es klitzekleine Telefone irgendwo. Klinderer. Äh. Keine Ahnung, was schlagen ist, ey. Digger. Sorry. Wusste die mir was schlagen jetzt. Und so. Oh. Ich glaube, der hat gerade... Mein Kopf wird gerade überfahren. Ich dachte, der geht nach rechts. Hitmarker, weil die Waffe hat nicht volle Range. Das war ein Headshot. Aber die Waffe wurde so gemacht, dass sie nicht auf alle Range One-Shot-Headshot macht. Okay. Alright. Beide geholt sogar. Wie praktisch war das? Ähm. Ja, hier sind drei Leute. Da müssen wir hin. Bei den Peeps doch, ja. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob die Waffe heftig im Nachkampf ist. Ne? Also jetzt gerade fühlt sich die Waffe richtig nice an. Ich weiß nicht, ob der noch hier ist. Einmal nicht? Würde schätzen, der ist genau dann abgehornet, als ich gekommen bin. Okay. Er hat mich gesehen. Ich hab ihn irgendwie nicht wirklich gesehen. Er lädt da an. Präzisionsluftschlag, aufpassen. Feindlicher Präzisionsluftschlag, aufpassen. Der Kölnverkauf ist beendet. Alle Preise wieder normal. Let's go. Das war anstrengend. Der hat auch nicht minder geschwitzt. Geschwitzt natürlich. Aber ich hoffe... Nein, das Geräusch. Es tut mir schrecklich leid. Es ist super laut, ne? Wir haben jetzt die ganze Zeit Feuergeräusch. Ich hoffe, ich habe gerade keinen Bock, Leute zu pushen mit diesem... Das ist sehr, sehr laut für mich. Und ich denke auch für euch. Zwei Drohnen aktiv, das höre ich. Er bleibt stehen. Das kannst du dir auch nicht ausdenken, oder? Dass er dann stehen bleibt, ich gedeckt. Für den Glück habe ich das gehört. Da drin ist jemand. Ja. I know. Yes. Please leave me. Thank you. Ich seh nicht. Nein. Scheiße, meine Waffe war da nicht schnell genug, ne? Ich bin einfach nur froh, dass es vorbei ist.